Überlasteten, übermüdeten Frauen fällt es bestimmt oft schwer, gute Mütter zu sein. Aus diesem Grund führt die Abteilung Mutter und Kind der Projuventute seit 20 Jahren gratis Ferienkolonien für überarbeitete Mütter durch. Über 300 Mütter aus allen Landesteilen kamen dieses Jahr in den Genuss dieser vorbeugenden Hilfe. Die Frauen stammen meist aus Kleinbauern und Arbeiterfamilien. Viele von ihnen waren seit Jahren oder überhaupt noch nie in den Ferien und müssen das Ausspannen oft erst richtig erlernen. Während die Kinder von Hauspflegerinnen, Verwandten oder Bekannten betreut werden, können die Mütter 14 Tage lang im Engadin oder im Berner Oberland ausruhen. Pro Kolonie werden 20 bis 25 Frauen eingeladen, die sich dann bei Spaziergängen, Gymnastik, Bastelabenden und gemütlichen Plaudereien vom Alltag erholen. Oft ist es nicht in erster Linie körperliche Müdigkeit, die diese Frauen schwächt. Umso wichtiger ist es, dass sie ihre Probleme mit denen anderer diskutieren und vergleichen können.